Hallo guckfreunde, willkommen in james indischer Küche. Heute lernen wir sehr bekannte Restaurant Style Butter Chicken oder Butter Chicken. Butter Chicken bestet aus zwei Teilen, dem ersten Teil das Curry und dem zweiten Teil um Hündchen zu bereiten. Ich zeige Ihnen Strick für Strick Zutaten und zu Beratungsmethode an. Also beginnen wir zuerst mit das Butter Curry und zeige Ihnen Zutaten für das Curry. Butter Chicken für drei bis vier Personen. Fünf Tomaten, ein Zwiebel, ein Teelöffel Pfefferpulver, ein Schwarz Kardamom, drei Grün Kardamom, zwei Zentimeter Zimtstange, Kashmiri Chilipulver. Nach Geschmack. Es ist mehr rot und weniger scharf. Zwei Lorbeerblätter, 250 ml Wasser, 30 g Butter, drei Knoblauzehen, drei Stück Ingwer, zehn bis zwölf Cashewnüsse. Halten Sie bitte die Pfanne auf höhere Hitze und fügen Sie Wasser, Tomaten, Lorbeerblätter, Schwarz Kardamom, Zimtstange, Grün Kardamom, Zwiebel, Knoblau, Ingwer, Pfefferpulver, Chilipulver, Butter und Cashewnüsse hinzu und gut mischen. Jetzt bitte abdecken und circa zwanzig Minuten kürzen lassen, bis alles Weiß sind. Dazwischen bereiten wir Hünchen zu und zeige Ihnen die Zutaten dafür. 400 g Hünchenbrüßfilet, drei Esslöffel Oil, ein Teelöffel Ingwerpaste, ein Teelöffel Knoblau Paste, Kashmiri Chilipulver. Nach Geschmack. 50 g Yoghurt, vier Teelöffel Zitronensaft, Salz. Nach Geschmack. Zuerst bitte Ingwerpnoblau Paste, zwei Teelöffel Zitronensaft, Chilipulver und Salz in Hünchenbrüßfilet geben und gut mischen und circa zwanzig Minuten aufbewahren. Es heißt erste marinieren. Jetzt nehmen Sie bitte eine Schlüssel und fügen Sie zwei Esslöffel Oil, ein Teelöffel Chilipulver, Salz und gut mischen. Dann fügen Sie bitte Joghurt und zwei Teelöffel Zitronensaft hinzu und gut mischen. Jetzt fügen Sie bitte die erste marinierte Hünchenbrüßfilet hinzu und wieder gut mischen und circa zwanzig Minuten aufbewahren. Es heißt zweite marinieren. In der Zwischenzeit unserer Butter Curry ist fertig. Jetzt machen Sie bitte feine Spurie. Dann das Spurie sieben, damit das Curry am Ende sehr glatt wie Butter sein sollte. Jetzt zeige ich die letzten Zutaten zum Schluss und servieren Butter Chicken. 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel getrockene Boxhornkleeblätter, 4 Esslöffel Sahne, 30 Gramm Butter, Kashmiri Chilipulver und Salz nach Geschmack. Jetzt bitte die Butter in die heiße Pfanne geben. Dann Püree, Chilipulver, Salz, Zucker und Boxhornkleeblätter hinzu und gut mischen. Jetzt bitte abdecken und circa 10 Minuten kürzen lassen. In der Zwischenzeit grillen wir marinierte Hünchenbrüßfilet. Dazu bitte 20 Gramm Butter in die heiße Pfanne geben und marinierte Hünchenbrüßfilet hinzugeben. Bitte grillen Sie Hünchenbrüßfilet bis die beiden Seiten Goldbraun sind. Jetzt unser Butter Curry ist perfekt geguckt. Dann bitte gegrilltes Hünchenbrüßfilet in das Butter Curry geben und gut mischen. Danach bitte abdecken und circa 5 Minuten kuchen lassen. Jetzt den Herd aufschalten und zum Schluss 4 Esslöffel Sahne hinzufügen und gut mischen. Butter Chicken ist fertig zu servieren. Normalerweise Butter Chicken ist traditionell mit Reis oder Naan serviert. Bitte probieren Sie es aus und Ihre weiteren Vorschläge, Fragen, Rückmeldungen und Kommentare sind herzlich willkommen. Bleiben Sie fit, gesund und viel Spaß mit Butter Chicken. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.